Wenn du bei einem Dreieck alle Innenwinkel addierst, kommst du, wie du bestimmt schon weißt, immer genau auf 180 Grad. Wie ist das aber bei einem Viereck? Welchen Wert die Innenwinkelsumme dort hat und wie du damit rechnest, zeige ich dir in diesem Video. Jedes Viereck kannst du durch zwei gleiche Dreiecke erzeugen. Weil die Dreiecke gleich sind, stimmen auch ihre Innenwinkel überein. In beiden Dreiecken beträgt die Innenwinkelsumme 180 Grad. Für die Innenwinkelsumme des Vierecks addierst du alle Innenwinkel der beiden Dreiecke und kommst so auf 2 mal 180, also 360 Grad. Alle Vierecke haben also eine Innenwinkelsumme von 360 Grad. Mit der Innenwinkelsumme kannst du fehlende Innenwinkel bestimmen. Lass uns dazu diese beiden Aufgaben lösen. Zuerst schreibst du die gegebenen Winkel heraus. Der Winkel am Punkt A ist der Winkel Alpha. Er beträgt 100 Grad. Der Winkel Beta am Punkt B ist 104 Grad und Gamma am Punkt C umfasst 98 Grad. Den Winkel Delta kennst du nicht. Das ist der gesuchte Winkel. Du weißt, dass alle Winkel zusammen 360 Grad ergeben. Wenn du von diesen 360 Grad die drei gegebenen Winkel abziehst, bleibt der gesuchte Winkel Delta übrig. Du setzt die gegebenen Werte ein und berechnest schrittweise. 360 Grad minus 100 Grad ergibt 260 Grad. Minus 104 Grad ist 156 Grad. Und zuletzt minus 98 Grad. Das ergibt 58 Grad. Der Winkel Delta ist also 58 Grad. Die zweite Aufgabe ist eine Textaufgabe. Die Winkel Alpha und Delta kannst du direkt dem Text entnehmen. Der Winkel Beta ist laut Aufgabe doppelt so groß wie Alpha. Beta ist also das Doppelte von Alpha. Das sind 90 Grad. Nicht im Text erwähnt ist der Winkel Gamma. Das ist der gesuchte Winkel. Die Winkel Alpha ist also das Doppelte von Alpha. Auch für diese Aufgabe ziehst du von der Innenwinkelsumme, also den 360 Grad, die drei gegebenen Winkel ab. Dann bleibt der gesuchte Winkel Gamma übrig. Subtrahiere schrittweise. 360 Grad minus 45 Grad ergibt 315 Grad. Minus 90 Grad ist 225 Grad. Minus 60 Grad ergibt 165 Grad. Das ist der gesuchte Winkel Delta. Bei einem Viereck beträgt die Innenwinkelsumme also immer 360 Grad. Einen fehlenden Innenwinkel berechnest du, indem du von den 360 Grad die drei gegebenen Innenwinkel abziehst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.